Detektiv 1-6-Adam, das ist BCC. Adam, Boyd und Truck 1 responden Code 3 auf Fresno Street Station. Ja, er ergibt sich. Da ist noch einer. Alter, zwei Leute haben sich schon ergeben. Schön, schön, schön. Au, au, au. Scheiße, Vorsicht. Hab ihn erschossen. Er schießt, er schießt. Ich hab ihn erschossen. Ich hab ihn auch erschossen. Er hat sich zwar ergeben, aber ich hab ihn erschossen. Er hat auf mich geschossen. Ich bin fast tot. Scheiße. Wie kann ich Waffen aufsammeln? Ich fafte den mittleren Maustaste. Mach das. Ich pass so ein bisschen bei den Türen auf. Gut, das ist gut. Danke. Ich hab das 1 schon mal festgenommen. Gutes Ding. Das war's noch lang. Boah. Moment, jetzt. Moment, jetzt. Hast du den Spruch von ihm gehört? Was macht denn deine Frau, während du hier bist? Die hast du wenig, weißt du noch? Äh, Kishi. Da ist ja noch einer. Hier ist ein Geiseln, ne? Okay. Ähm, bist du das, Freddy? Ne, Kishi. Lass uns erst mal rechts in die Tür gehen, dann zum Bahnsteig, zu den Toiletten. Okay. Hier, Kishi Kämmern machen. Ich hab grad Freddy Kämmern gemacht. Nein, hier lang, Kishi. Falscher Weg. Ja, ich geh hier außen rum. Nein, falscher Weg. Hier geht's auch noch lang. Achja, du bist da hinten rein. Freddy kommt jetzt mit. Okay, Freddy, ich guck durch die Tür unten. Dann mach ich die Camps wieder aus, ich komm mit euch mit. Ich geh doch nicht alleine vor. Was bin ich denn? Ne, du bist nicht Freddy dann. Bin ich asozial? Ne, bin ich nicht. Ja, bin ich. Okay, hier sind Mülltonnen. So wie es aussieht, ist hier keiner, aber wenn rechts. Okay. Ich weiß genau den Arten am Arsch. Drei. Zwei. Eins. Okay. Auf die Knie, sofort. Nein, in Englisch ist es cooler. Okay, hier ist niemand. Ja, ich seh das Ganze nochmal als Chat. Links unten auf Englisch. Ah, da sind wir wieder. Hi. Gut, hier unten war cool. Ähm, wir gehen jetzt hier lang zu den Toiletten, ne? Ja. Ja. Selber. Okay, geht einer von euch zum Bahnsteig? Ähm, ja, ne. Ja, dann mach ich das. Okay. Okay. Kishi? Mach die Freddy Cam an. Kishi? Ja, ich bin bereit. Drei. Zwei. Eins. Hast du gerade... Das war ein gezielter Schuss. Das war eine Geisel, oder? Direkt ins Herz. Nein, das war eine verdächtige Person. Er hat seine Pistole. Hab ich sofort gesehen. Okay, du hast ihn schon. Mhm. Ich geh in die zweite Toilette rein. Mhm. Ich guck aber vorher und durch. Zu zweit, wenn wir nicht zu zweit vorgehen. Irgendwer schreit? Ja. Irgendwer schreit in und wieder immer gerne. Okay, warte. Hier ist ein Geiselnehmer drin, der direkt auf mich zielt. Das ist ungut. Direkt, direkt erschießen oder Flashbang? Warte, Flashbang. Ich hab meine Flashbang beraten. Okay, hast du? Ich hab sie beraten. Du stellst dich hier hin. Ja. Dann krallst du die Tür ab. Drei, zwei, eins. Nein! Sofort, lass. Okay, er hat sich ergeben. Guter Junge. Ich hab ihn. Ich hab die Geisel. Ich hab die Geisel. Hast du die eben gemeldet? Ja, ich hab ihn schon gemeldet. Ich hab auch seine Waffe eingesammelt. Gut, gut. Gut, gut. Dahin ist ein Geiselnehmer, ja. Oh, äh. Du hast hier drei Leute schon festgenommen? Läuft bei ihm? Ja. Wo ist hier ein Geiselnehmer? Oh, das heißt, ein Geiselnehmer war dabei. Wo ist hier noch ein Geiselnehmer? Den hab ich. Der ist hier drin. Hier in dem Raum rechts. Achso, ja. Warte, warte, warte. Ich bin ein bisschen langsamer wegen hier wie Amor. Entweder gehen wir jetzt vorne durch oder wir gehen rechts durch. Also ihr, ihr macht so dieses ganze Räumen und ich. Okay, also wir gehen rechts. Okay. Hier ist auch noch einer drin. Hier ist auch einer drin. Hier ist auch einer drin. Hier ist auch einer drin. Und ne tote. Drei, zwei, eins, los. Ah, Vorsicht. Oh Gott, ich hab ihn. Okay, er hat seine Waffe getroppt. Ich hab ihn zwar noch angeschossen. Scheiße, ich hab einen erschossen. Du hast einen erschossen? Ja, den meinte ich doch. Ja, deswegen ja. Der ist direkt zu mir gekommen. Der hat direkt den Schottgang gezogen. Ich hatte keine Ahnung. Okay, ich hab ihn. Scheiße. Okay, ich hab ihn. Okay, ich hab ihn. Okay, ich hab ihn. Ach. Scheiße. Gut. Ähm. Geisel festgenommen. Beide noch nicht gemeldet. Gut. Ja, wart ihr hier schon? Nein. Ey, der ist ja nur verletzt. Nein, das ist ein anderer. Das ist ein Polizist. Nein, in der Toilette ist niemand drinne. Ja, hier gehts noch nach unten. Ja, wir müssen jetzt auch nach unten vorrücken. Äh, da kommen Leute. Ich hab ihn erschossen. Der ist weggelaufen. Ja. Ja, hab ich auch gemacht. Hier wird ne Salve rein. Wie weiter bei den Feiermodus, weißt du das? Will ich auch grad nachgucken. F. F wie fecken. Nee, kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Okay. Läuft bei euch. Ich kanns. Okay, jetzt. Hier wirds kritisch. Ich folg grad Kirschi. Hier wirds kritisch. Kann jeder gerne sein. Vielleicht haben wir der Glück, dass es niemand da ist. Ja, hier man hat Schmerzen. Niemand. Gar niemand. Warte, ich guck durch die Tür. Ich guck durch die Tür. Okay, guck du. Sieht aus, als ob dahinter einer wäre. Moment. Ja, dahinter ist ein Geiselnehmer mit direktem Blick zur Tür und ne M4. Schön. Und ansonsten niemand. Du öffnest die Tür, ich schmeiß ne Flashbang rein. Oh, ich hab grad ne Flashbang gezogen. Kriegst du das hin? Ja, ich krieg die drei geworfen. Drei? Zwei? Eins? Synchron erst mal. Joa. Nein, deine Mutter kommt auf die Augen. Shut up you fool. Go away. Stupid. Stupid bitch. Hier ist niemand? Vorsicht, da könnte jemand sein, ne? Ja. Da ist glaub ich auch ne Ecke, ne? Okay, man kann sich auf das Ding jetzt nicht lehnen. Auf Treppen. Ah, ja. Stimmt. Hier oben ist niemand. Okay. Man kann sich nur nach links lehnen. Also nach neben Richtung. Mal gucken, ob man sich in die andere Richtung schon lehnen. Okay. Hier ist noch ne Tür. Ich guck hier. Hier sieht nicht aus, als ob hier jemand wäre. Ne, hier ist niemand. Außer ne Tür. Hier ist auch ne Tür, ja genau. Ich geh mal kurz gucken. Wir kommen mal auf dem Gleis, das sieht frei aus hier rein. Ich guck mal kurz, ob da hinten jemand drin ist. Ja genau, ich wollte grad sagen, dass hier, hier kommt man auf das eine Gleis, auf der anderen Seite auf das andere. Freddy, ich bin hinter dir, falls du Hilfe wirst. Oh. Hier ist zwar jetzt niemand zu sehen, aber da könnte jemand sein. Er ist weggelaufen. Das ist doof. Freddy, hinten, rechts, da. Ich warte auf euch. Er hat sich ergeben. Nein, er schießt. Geil, ich gehs vor. Erschossen. Noch einer. Ich bin tot. Scheiße, der Fisch ist tot. Ja, du wirst wieder in den Schuss gelaufen auch ein bisschen. Hab ich gesehen. Gut, und bis weiter gehts wieder mit den anderen. Tschüss. Und damit herzlich willkommen zurück. Ja. Genau, herzlich willkommen zurück. Ich bin Leader. Ja, und Freddy hatte keinen Bock mehr. Freddy kommentiert jetzt nur noch. Ja. Wir können hier nirgendwo anders rein, oder? Ach, mach ich nicht. Ihr seid Noobs. Ja. Ich mach deine Cam an. Ich will mal gucken, wie mein Computer das packt. Gar nicht. Ey, ich leg dich einfach raus. Ja. Ey, mach das einfach virtuell. Mittelfig und rennst in deinem Gesicht. Mensch? Body disconnected from your channel. Läuft sogar. Er macht gleich viel FPS. Überwaschend. Schön. Also ist es jemand? Nein, ich kann diese... Ach, sie ist voll entschlossen. Okay, Moment. Es ist lustig, meine Sicht zu sehen und deine. Ja, schon, ne? Fühl ich nicht. Ich mein, Waffe zöckern und rechts geht die Treppe runter. 3, 2, 1, los. Schleich mal nirgendwo. Schleich hin. Dann halt schleichen. Ja, wir können ja Stealth vorgehen. Niemand? So ein ganzer Becker, ich kann Stealth-Stealth vorgehen. Soll ich ihn erschießen? Ähm, erstmal schreien. Schön. Oh, Vorsicht, da kommt einer. Abschießen. Scheiße. Guck du nach links. Scheiße. Oh Gott, wir... überall. Haben ihn erschossen. Ich weiß aber nicht, ob er tot ist. Kurz nachleihen. Ich geh hier mal kurz vor. Wahnsinns coole Musik. Was für eins? Ich hab gar keine Musik. Du hast grad wahnsinns coole Musik? Ich hab ihn abgeschossen. Ich seh's. Er ist tot. Zum Glück weiß ich immer, dass da einer steht. Ich ne... ich nehm mal kurz die Geist hier fest, ne? Mach das. Vorsicht, da wo du bist, ist einer. Irgendwo. Ich such ihn gerade. Lass mal SWAT 5 programmieren. Ja, wenn ich auch für... Mit der Crying in 5. Okay, geht nicht. Kopfschuss. Tschüss. Oh, dann schießt er noch mich. Scheiße. Der Server steht wieder übrigens. Er ist tot. Was? Vince Raft. Oh. Hier ist ne Geisel. Ich bin auch hier. Nicht auf mich schießen. Ja. Ich geh zu der Tür. Geh nehm nur die Geisel. Okay. Ich nehm die Geisel. Ne, das ist ein Typ. Den nehm ich nicht. Hier liegt ein Toter? Ja, ich hab zwei Leute erschossen. Okay, ich geh links. Okay, ich geh hier rechts und sichere die Leichen und so. Alles. Weißt du. Da ich nichts sehe, brauche ich hier Licht. Der ist tot. Ich hab immer die aggressive Stimme, find ich gut. Ja. Der liegt auf seinem Beweisstück drauf, der Wichser. Ist nicht mehr. Die Mission spielt ja echt gerade. Ja. Ah. Die Autohaus-Mission. Ähm, hinter der Tür steht direkt einer. Ich hab Angst. Äh, ich komme. Ich erschieß ihn. Ich bin gekommen. Er ist direkt hinter der Tür. So, jetzt rein. Er ist weg. Bin ich erschrocken, Alter. Ich lad kurz nach. Ist keiner mit drin. Fuck it. Okay, der ist tot. Der ist hinüber, glaube ich. Ich hab dem 3-7 verpasst. Fuck. Der ist am Ende. Die Credits bei den Filmen. Credits sind noch mal hier vorne, Fakishi. Hm, selten. Die Credits. Öfters mal. Die Credits. Also so. Also Abspann, weißt du? Ja. Du bist doch irgendwie der Abspann eines Films. Ja. Wow. Touchline. Wenn. Extrem. Ähm. Ich nehm die Tür. Wow. Okay, ich gucke hier dabei und sichere, ob da hinten irgendwo was ist. Mach das. Okay, hier ist schon jemand. Hier ist jemand. Moment. Geisel. Ähm. Ich guck mal hier kurz hinter der Tür durch. Geisel plus Lieferwagen. Ich seh hier so viel. Also hier ist. Ich seh hier niemanden. Aber es ist zu gefährlich. Das ist recht unüversichtlich. Ich komme zu dir. Hab die Tür auszusehen aufgemacht. Hab gehört, dass da jemand nicht wollte, dass wir da sind. Ich treff ihn nicht. Tschüss. Tschüss. Geh, geh, geh. Ich hab ihn. Das war ne Geisel übrigens. Was? Das war ne Geisel. Ich glaub, du hast gerade ne Geisel schon. Nein, das sind beide verdächtige Personen. Hab noch einen. Die haben beide Waffen gehabt. Wie blind bist du? Gar nicht blind. Der steht hinter dem Auto. Äh, hinter dem Pfeiler. Da kommt noch einer. Ah, da kommt noch einer. Ich hab keine Worte unter. Ich hab keine Worte unter. Scheiße, ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch, Nigga. Hast du grad die Endbamme gezündet? Äh, nein. Du meinst Neger. Und den Rest könnt ihr bei Kirche sehen. Tschüss.